Hallo und herzlich Willkommen liebe Leserinnen und Leser von PsychologieEinfach. Hallo liebe Leser von PsychologieEinfach. Hallo an alle Leser auf PsychologieEinfach. Hallo liebe Leser von PsychologieEinfach. Hallo liebe Leser des PsychologieEinfach Blogs. Ja hallo liebe PsychologieEinfach.de Blogleser. Hallo liebe PsychologieEinfachleser. Hallo liebe Leser von PsychologieEinfach. Hallo liebe Leser von PsychologieEinfach. Hi, Servus, hier ist Aljoscha von psychologie-einfach.de und du hast gerade mein Überraschungsgeschenk entdeckt. Und zwar befinden wir uns gerade in meinem Mitgliederbereich auf der Startseite und du siehst hier eine Auswahl von möglichen Mentoren und dann klicken wir doch direkt mal auf mein Profil. Und hier habe ich eine kostenlose dreiteilige Videoserie für dich vorbereitet mit den Grundlagen von psychologie-einfach.de. Auf der rechten Seite hast du dann die Möglichkeit später weitere Kurse zu finden, je nachdem welche Kurse du zusätzlich gebucht hast. Wir starten direkt mal mit dem kostenlosen Kurs. Hier siehst du die Kursübersicht, alle drei Lektionen, die ich für dich vorbereitet habe. Das sind ungefähr 30 Minuten Videomaterial mit sehr, sehr interessanten Informationen für dich. Und wir starten direkt mal mit der ersten Lektion. Das ist jetzt hier eine Videoseite. In der Mitte hier siehst du das Video, was du mit Start und Vollbild bedienen kannst. Und hier haben wir eine kurze Beschreibung und einen Kommentarbereich, falls du der Community noch einen Kommentar hinterlassen möchtest. Es lohnt sich natürlich, weil die freuen sich. Hier kannst du dann zum nächsten Video springen, wenn du das Video zu Ende gesehen hast. Das ist dann das zweite Video. Ist genau vom Aufbau das gleiche, deswegen springen wir direkt weiter. Und das hier ist jetzt das letzte Video dieser Videoserie. Und am Ende dieses Videos wartet dann noch eine kleine Überraschung für dich. Ich hoffe, das ist ein schönes Geschenk für dich. Du freust dich drüber. Und ich würde mich freuen, wenn du jetzt deine E-Mail-Adresse unten einträgst und Teil der psychologie-einfach.de Community wirst. Und ich würde mich freuen, wenn du jetzt deine E-Mail-Adresse unten wirst.